Herzlich Willkommen! Heute bei uns im Test der VW Tiguan. Es handelt sich um den 1,5 TSI OPF ACT mit einem DSG 7-Gang Automatikgetriebe. Was sich genau dahinter verbirgt, dazu kommen wir gleich. Aber erst noch mal, das ist der Tiguan 2. Das heißt, er hat den Vorgänger, den gab es von August 2007 bis Anfang 2016. Und seit Anfang 2016 gibt es die 2er Version, das ist dieser hier, wie schon gesagt. Und ab September 2017 gab es dann auch noch zusätzlich den Tiguan Allspace. Der ist dann 20 Zentimeter länger. Wird aber nicht wie dieses Exemplar in Deutschland, also sprich nicht in Wolfsburg gebaut, sondern in Mexiko. Aber wir haben hier die normale Wolfsburger Version. Hierbei handelt es sich zusätzlich neben diesen vielen Abkürzungen auch noch um das Sondermodell JOIN. Den JOIN erkennt ihr am folgenden Zusatzausstattung. Nebelscheinwerfer, Leichtmetallfelgen, auch wenn diese, glaube ich, auch noch optional sind. Die JOIN Sonderaufkleber auf den Kotflügeln. Hinten abgedunkelte Scheiben. Und oben haben wir dann noch die Dachreling in Alu. Im Innenraum haben wir andere Polster, eine graue Naht. Unten haben wir Alu gebürstete Abdeckung für die Pedale. Schublade auf beiden Seiten. Von der Funktion her haben wir dann Radio Composition Media mit Navigationsfunktion Discover Media. Karnet Funktion, Guide and Inform. Dann das Winterpaket, sprich Sitzheizung vorne. Und ich glaube, es sind auch beheizbare Scheibenwaschanlage dabei. Dann haben wir die Klimaanlage RK Klimatronik. Das heißt also drei Klimazonen, zwei vorne, eine hinten. Ein Lederlenkrad, ein Multifunktionslenkrad mit ACC, also automatische Distanzregelung. ACC bis 210 Stundenkilometer, den Front Assist, dass man nicht auffährt. Ja, dann hat das Modell noch fünf Jahre Garantie, die sich darauf beziehen, dass er zwei Jahre standardmäßig Garantie hat und drei Jahre Anschlussgarantie dazu erhält. Er hält allerdings nur bis 50.000 Kilometer. Das wiederum bedeutet 10.000 Kilometer im Jahr. Zusätzlich hat er folgende Ausstattungsfeatures über das Sondermodell hinaus. Das R-Line-Paket. Weiterhin hat dieser Tiguan ein Active Info Display, also ein digitales Cockpit. Zum Motor. Die Motorhaube öffnet man, indem man hier einen Hebel nach oben drückt. Das ist ganz leicht und ganz einfach. Gas, Druck, Dämpfer halten die Haube. Das heißt, ihr braucht auch keinen Aufstellhebel. Das hier ist der 1,5 Liter Motor, TSI. Das ist der Nachfolger von dem 1,4 Liter Motor, den wir schon im Passat mal vorgestellt haben. Damals fanden wir, es war ein super Motor. Dieser sollte eigentlich noch besser sein. Und so hört er sich an. Bei dem 1,5 Liter Motor handelt es sich, also durch die Bedeutung TSI, aufgeladen Turbolader und ein Direkteinspritzer ist es auch noch. Direkteinspritzung gibt es übrigens nicht erst seit einigen Jahren, sondern wurde auch schon, ich glaube, im Ersten Weltkrieg die ersten Sachen mal experimentell probiert. Und auch das Common Rail System gibt es übrigens auch schon seit, ich glaube, 1985 hätte die IFA das entwickelt. Also im Prinzip ein Hochdrucksystem bei der Direkteinspritzung oder kombiniert mit der Direkteinspritzung. Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Also diese Technik, die wir heute hier nutzen, hat sich früher, gab es früher schon, hat sich aber nicht durchgesetzt. Oder der technische Fortschritt im Elektronikbereich oder auch in der präzisen Verarbeitung der Teile konnte früher nicht umgesetzt werden. Oder es galt als zu unkomfortabel etc. Dieser Wagen hat zusätzlich einen UPF. Das ist ein Otto Partikelfilter. Den zeige ich euch einmal. Also zumindest denke ich, dass es der ist. Der müsste hier unten sitzen. Wenn es nicht der ist, ist es vielleicht ein bisschen weiter unten. Da fragt man sich natürlich, wofür braucht denn ein Benzinmotor einen Otto Partikelfilter? Und das liegt nämlich daran, dass die Direkteinspritzung der Turbolader dazu führen, dass der Druck im Motor immer höher wird und es Ultrafeinstaubartikel gibt. Also bei einem 1,4 TSI Motor, der stößt Ultrafeinstaubartikel raus. Das wiederum bedeutet, dass die so klein sind, dass sie nicht in der Nase hängen bleiben, sondern bis in die Lunge gehen. Und das ist wirklich nicht gesund. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, wir brauchen eine neue Umweltnorm. Das ist die Euro 6 Temp. Die gibt es seit September 2018 und seit diesem Zeitpunkt gibt es auch den Otto Partikelfilter. Gesetzlich vorgeschrieben. Da könnte man sich natürlich jetzt kritisch fragen, TSI, dieses Thema, das gibt es schon so lange, warum gab es das nicht vorher? Jetzt geht es nach vorne. Die Türen sind ein bisschen schwerer als bei einem Golf, würde ich gefühlt sagen. Der Einstieg ist natürlich super, wobei hier kommt man auch fast so ein bisschen entgegen, aber das ist alles gut. Das Auto ist schon geräumig gebaut. Ich habe eine super Sitzposition. Der Sitz ist auf 1,86 eingestellt. Ich habe hier eine Faust oben, die Platz ist. Ja, dann kommen wir mal zum Innenraum. Wir haben hier an der Seite zum einen die Fensterheber. Da über die Spiegelverstellung. Hier hinten kann man noch mit diesem Schalter hinten die Fenster sparen, wenn man da Kinder hat. Wir haben hier oben die Schließung für alle Türen zu auf. Und hier unten haben wir den Kofferraumschalter. Damit können wir dann die Heckklappe öffnen. Wir haben weiterhin hier ein Fach, da passt eine Flasche rein. Und zwar nicht nur 0,7 oder 0,5, sondern offensichtlich auch noch größer. Das ist auch gepolstert. Aber es führt dazu, dass die Flasche jetzt hier so ein bisschen hin und her wackelt und beim Lastwechsel dann auch Geräusche macht. Man kann halt nicht immer alles haben. Das ist das Cockpit. Hier vorne haben wir das Digitalkockpit verbaut. Das Navigationssystem. Das ist im Prinzip die Ansicht. Jetzt gehen wir noch einmal ins Detail. Nun zum Cockpit. Der Wagen verfügt über ein Multifunktionslenkrad, welches wir hier sehen. Hier haben wir die derzeit typische Steuerung. Das heißt, hier können wir im Menü hin und her switchen. Hier können wir den Radiosender wechseln. Hier hätten wir die Sprachsteuerung. Hier können wir View, die Ansicht wechseln. Hier drüben haben wir den Tempomaten mit ACC, also automatische Distanzkontroll. Set zum Setzen, Reset zum Aufheben oder diese Taste auch, um einzelne Schritte nach oben und unten zu machen. Und rechte Taste 10 nach unten, linke Taste 10 runter. Also 10 rauf, 10 runter. Hier können wir noch die Lautstärke einstellen, Plus und Minus. Und das wäre es im Groben. Hier hinten haben wir noch einmal Plus und Minus Schaltpedals. Auf der linken Seite haben wir dann noch einen Blinker und auf der rechten Seite den Scheibenwischer, aber dazu komme ich gleich nochmal. Wir können mit View nun entsprechend verschiedene Ansichten aufrufen. Um das Plastischer zu machen, gebe ich noch einmal ein Navigationsziel ein. Die Routen werden berechnet. Bitte wählen Sie eine Route. Das Ziel liegt in der angezeigten Richtung. Dann sehen wir hier einen Navigationspfeil, das wir erstmal auf rot geradeaus fahren sollen. Und wir haben auch die Möglichkeit, hier in dem Active Display bei VW hier in der Mitte die Karte entsprechend einblenden zu lassen. Wir haben verschiedene Ansichten. Das wäre hier komplett die Karte. Das ist so eine geteilte Ansicht. Das mit Rundinstrumenten. Das wieder komplett. Die entsprechenden Erklärungssymbole, wie Kilometer etc. oder welchen Gang man gerade hat oder wie weit die Distanzentfernung ist, das verschiebt sich. In dieser reinen Kartenansicht wird nicht nochmal angezeigt, wie weit die Distanz ist bis zum Abbiegen. Soweit ich das gesehen habe. In dieser Ansicht habe ich noch gar nicht so viel probiert, aber wir können hier oben im Prinzip Radiosender. Oben links Informationen über die Fahrzeit, den Durchschnittsverbrauch und die Reichweite sehen. Hier haben wir die klassischen Rundinstrumente. Und wir haben die Möglichkeit, über diese Schalter das Mittelteil entsprechend zu konfigurieren. Das wäre der Radioanteil. Hier würde mit dem Telefon verbunden werden. Oder man könnte dort auch telefonieren, Anrufe annehmen, Anrufe steuern etc. So, hier sind wir jetzt in der Verbrauchsansicht. Mit den rechten Tasten können wir dann immer nochmal so ein bisschen hoch und runter switchen. Trip, Verkehrszeichenerkennung, Geschwindigkeit, Komfortverbraucher, Reichweite, die Übersicht. Hier wieder den Verbrauch. Können wir auf die Übersicht gehen. So sieht das Ganze aus. Wir haben heute auch einige kleine, kürzere Strecken gemacht. Deswegen liegt er wohl jetzt bei 7,4 Litern. Auf einer längeren Distanz kann man auch unter 7 Liter kommen. Hier haben wir die Assistenten. Hier kann man dann so hin und her switchen. Regelmodus, Geschwindigkeitsbegrenzer, der Side Assist. Auspark-Assistent kann man hier dann mit OK deaktivieren oder auch nicht. Dann hat er ein Front Assist, also das man quasi nicht auffahren kann. Der Auspark-Assistent ist, wenn hinten ein Hindernis ist, was man beim Ausparken nicht sieht und dann würde er entsprechend warnen. ACC ist die automatische Abstandskontrolle, also Kontrolle zum Vordermann und der Spurassistent. Dann geht es weiter, dann sind wir schon wieder bei der Navigation. Auch hier können wir darin blättern, uns den Maßstab anzeigen lassen. Achso, hiermit vergrößere ich das nach oben oder hier nach unten. Wenn ich OK mache, ist es dann automatisch. Wunderbar. Neben diesen Funktionen kann ich das Ganze auch noch konfigurieren. Dafür gehe ich dann aber im Infotainmentsystem auf CAR und dort gibt es dann im Prinzip verschiedene Ansichten. Ich tausche jetzt einfach mal durch. Wir haben aktuell Verbraucher. Da kann man jetzt hier Beschleunigung, Audio, die Höhe, wir sind jetzt 30 Meter hoch, Kompass, Verbrauchswerte, Reichweite. Die Verkehrszeichenerkennung ist gerade nicht verfügbar. Wir fahren aber ja auch nicht. Das ist dann also schon in Ordnung. Die Zielführung, sprich Navigation. Was ja eigentlich auch ganz schön ist. Also ich kann hier links den Navigationspfeil einblenden lassen und habe daneben die Karte. Ist ja auch eine schöne Kombination. Hier hätten wir die Fahrerassistenzsysteme, die wir aufrufen können. Und die Fahrzeit, die Fahrstrecke und wieder der Durchschnittsverbrauch. Auf der rechten Seite können wir ähnlich konfigurieren. Verkehrszeichen, Zielführung, Fahrerassistenz, Fahrzeit, Fahrstrecke, Durchschnittsverbrauch, Beschleunigung, Audio, Höhe, Kompass, Zielinformation, Reichweite. So, dann gibt es noch verschiedene Ansichten. Das wäre die Ansicht 1. Das ist die Ansicht 2. Und das ist die Ansicht 3. Das heißt, man legt sich Profile fest. Und die sind dann dahinter liegt. Jetzt gehen wir mal auf Klassik. Das würde bedeuten, wir haben die Geschwindigkeit auf der rechten Seite und auf der linken Seite dann die Gangwahl. Hier wieder rechte Seite Reichweite und auf der linken Seite den Durchschnittsverbrauch. Das Ganze spielen wir auch nochmal durch in einer anderen Ansicht. Diese Ansicht lässt sich gar nicht weiter konfigurieren. Sie springt dann nämlich im Prinzip auf diese Ansicht. Vorbildlich ist das Ganze, weil wir sehen können die Distanz, die Ankunft, also die Zielankunft. Also das ist schon ganz schön gemacht. Und wir könnten jetzt auch hier wieder konfigurieren. Auf der ganz linken Seite haben wir die Wassertemperatur und auf der rechten Seite noch einmal die Tankanzeige. Hier auf der linken Seite haben wir dann nochmal ein Hebel. Nach unten wäre Linksblinker, nach rechts Rechtsblinker. Wenn ich dran ziehe, dann wird das Fernlicht kurzzeitig aktiviert. Und wenn ich es nach hinten drücke, dann wird der Fernlichtassistent aktiviert. Auf der rechten Seite haben wir im Prinzip einmal nach unten drücken. Der Wischer wischt einmal. Oben haben wir verschiedene Intervallschaltungen und die können wir dann noch über diesen Schalter hier intensivieren oder entsprechend verringern. Wenn man so einmal zieht, dann wird die Scheibenwaschanlage vorne betätigt. Und wenn man nach hinten drückt, dann wird zum einen die Heckscheibe sauber gemacht und zum anderen der Wischer auf Intervall gestellt. Hiermit kann man im Prinzip Plus und Minus. Auf der linken Seite ist auch einer. Wenn man länger drückt, ist er auf und ansonsten ist auf dieser Seite zum Beschleunigen, also Plus, also zum Anheben der Gänge. Sprich, zweiter Gang. Wir wollen in den dritten. Zack, einmal drücken, dann sind wir da. Oder im Moment länger drücken, dann ist das auf. Dann geht es im Prinzip in die Standardprogramme. Dann stellen wir euch jetzt noch einmal hier das Infotainment-System vor. Das Infotainment-System. Hier haben wir die Navigationsansicht. Durch mehrmaliges drücken kann man hier immer hin und her zwitschen. Wir nehmen jetzt mal ein neues Ziel. Buxte-Rude Niedersachsen. Da starten wir einfach mal. Er macht drei Vorschläge für Routen. Dann nehmen wir jetzt mal die erste. Wenn uns das... Das Ziel liegt in der angezeigten Richtung. Jetzt fällt uns ein, wir wollen aber noch ein zweites Ziel ansteuern. Auch das geht. Wir legen jetzt einfach mal eine Tiste hinzufügen oder starten. Wenn ich jetzt starten drücke, fahren wir direkt dorthin. Und wenn ich hinzufügen mache... Die Route wird berechnet. Dann wird das entsprechend mit einkalkuliert. Das Zwischenziel liegt in der angezeigten Richtung. Das können wir dann auch in der Übersicht sehen. Also jetzt führt er uns nicht direkt nach Buxte-Rude, sondern erst mal zum Zwischenziel 1. Hier oben sehen wir dann ganz übersichtlich gemacht die Entfernung, wann wir ungefähr da sind, die aktuelle Uhrzeit, dass die Radiolautstärke gerade ausgeschaltet ist, Bluetooth ist aktiv, wir können sehen, wie viel Akku das Handy hat und wir haben 4 von 5 Balken Empfang. Es herrschen gerade 4,5 Grad draußen. Wunderbar. Wenn ich jetzt ein Ziel löschen möchte, dann gehe ich einfach auf Route, Zielführung stoppen und er fragt mich, ob wir das nächste Ziel überspringen wollen. Die Route wird berechnet. Zack. Die Neuberechnung erfolgt. Das Ziel liegt in der angezeigten Richtung. 3,2 Kilometer. Alles wunderbar. Dieses System arbeitet zügig. Das ist völlig in Ordnung. Man kann damit arbeiten, ohne dass man irgendwie ausgebremst wird. Auch kleinere Änderungen. Das macht er alles wunderbar. Wir haben dann als weitere Punkte Meinziele, Sonderziele. Hier werden nur 3 angezeigt, aber man kann über die Routeneingabe auch noch andere Sachen eingeben. Man kann verschiedene Ansichten auswählen. Zum Beispiel hier diese ganze Routenansicht. die Zielumgebung. 3D. Dann guckt man so ein bisschen quer drauf oder einfach platt von oben. 2D. Ich mache mir ganz gerne 3D. Dann gibt es Auto, Tag und Nacht. Auto funktioniert hier wunderbar. Also es ist sowohl abends als auch tagsüber wunderbar ausgeleuchtet. Wir haben hier noch Ansicht der Sonderziele. Also zum Beispiel Tankstellen angezeigt werden. Und wir haben die Möglichkeit ein Zusatzfenster einzublenden. Das ist im Prinzip auch das, was hier auftaucht, wenn wir die Karte dann drüben im Display rüber switchen. Dann kann man hier noch ansagen. Das Ziel liegt in der angezeigten Richtung. Nochmal wiederholen oder die entsprechende Lautstärke anpassen. Dann gibt es auch ein Setup. Hier können wir Routenoptionen, ökonomisch häufigste Route, dynamische Route, Autobahn vermeiden, Fähren, Maut, Tunnel, Vignetten, Straßen vermeiden. Da sollte man noch mal drauf achten. Das ist der Unterschied, ob man auf einer Mautstraße fährt oder ob man eine Vignette braucht. Hier kann man auch noch Anhänger berücksichtigen. Das ist ja auch ganz schön. Und neben ökonomisch gibt es da noch schnell und kurze Route. So. Wir können den Speicher verwalten. Höchstgeschwindigkeit, die Information zu dem jeweiligen Land, in dem man sich gerade befindet. Versionsinformationen. Das hier ist ECE 1 2018-19. Dann haben wir hier die Karte. Verkehrszeichen, Anzeigen, Spurempfehlungen, Favoritenanzeigen, Sonderzeichen, Markenlogos verwenden. Dann haben wir die Navigationsansagen. Hier können wir die Lautstärke festlegen. Die kann man natürlich auch, während die Ansage getätigt wird, kann man natürlich auch hier ganz normal über die Lautstärke-Regelung das dann entsprechend anpassen. Entertainment-Absenkung. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel Radio anhabe, dann wird das Radio entsprechend abgesenkt, damit ich dann die Ansage auch hören kann. Keine Ansagen während eines Anrufes kann man hier aktivieren und Hinweis zu Sonderzielen. Tankoptionen. Tankwarnung. Und hier kann man dann auch noch eine entsprechende Tankstelle hinterlegen, die man dann vielleicht favorisiert. Und Tankwarnung, wenn der Tank sich dem Ende neigt. Erweiterte Einstellungen. Zeitansage. Das kann man hier auch nochmal anstellen. Entweder die Fahrtzeit oder die Ankunftszeit. Statuszeile. Könnte entweder Ziel oder Zwischenziel sein. Hinweis, Ländergrenze überqueren. Oder wir können hier zum Beispiel auch in den Demo-Modus gehen und entsprechend uns ein Demo anzeigen lassen. Aber das lassen wir jetzt mal. Ihr habt ja schon gesehen, wie das System arbeitet. Das zum Navigationssystem. Hier gibt es App. Das heißt also, wir können das Telefon damit verbinden. Dafür gibt es hier unten eine entsprechende USB-Buchse. Und dann kann man das damit dann verbinden. Also ein großer USB. Und ein kleiner. Ich mache das mal einmal. Mal sehen, was jetzt passiert. USB 1 wird gelesen. Android Auto wählen wir. Bitte verachten Sie. Okay. Die Verbindung wird jetzt wohl hergestellt. Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Bitte prüfen Sie das Gerät auf mobile Unterstützung. Aber ich persönlich bräuchte es auch nicht, wenn das Navigationssystem hier ist und auch entsprechend aktiv ist. Das heißt, wir gehen jetzt weiter zu K. In K haben wir im Prinzip das Active Display, welches wir konfigurieren können. Verbrauch, Beschleunigung, Audio, Höhe, Kompass, Zielinformation, Reichweite, Verkehrszeichenerkennung, Zielführung, Fahrzeit, Fahrstrecke, Verbrauch, Beschleunigung. Gut, dann sind wir einmal rum und auf der rechten Seite kann man das natürlich auch entsprechend konfigurieren. Dann haben wir Komfortverbraucher. Hier kann man zum Beispiel sehen, zumindest wenn das Auto an ist, was zum Beispiel die Spiegelheizung oder die Klimatisierung oder die Sitzheizung an Verbrauch hat. Fahrdaten. Auch ganz interessant. Hier gibt es verschiedene Menüs. Wir haben jetzt hier 720 Kilometer Reichweite. Langzeit hat das Auto einen Verbrauch von 8 Litern. Ich vermute mal, da sind auch viele Autobahnfahrten mit bei. Abtanken, Abstart. Das liegt alles über 7 Liter. Ich denke, wenn man human fährt, kann man auch unter 7 Liter, also vielleicht 6,8, 6,5 durchaus mal fahren. Dann schauen wir noch einmal in den Zinkblue Trainer. Hier kann man dann zum Beispiel den Fahrminuten sehen. Das wird jetzt aber gerade nicht angezeigt. 7,4. Hier haben wir dann eine Tabelle mit den verschiedenen Werten. Fahrzeugstatus. Mit der Licht einschalten, Start, Stopp ist aktiviert. Hier kann man den Reifendruck einstellen. Fahrzeugstatus hatten wir auch gerade schon. Dann sind wir in diesem Menü durch. Dann können wir mal ins Radio gehen. Achso, hier kann man dann im Prinzip den Sender entsprechend wechseln. Das ist ja auch ganz hilfreich. Ich stelle das mal zurück auf Active Info und dann haben wir hier die normale Menüübersicht. Das ist im Prinzip ähnlich auch wie bei dem Seat Video, was wir schon mal gemacht haben. Aber dieses System arbeitet einfach schöner, besser, flüssiger, schneller. Mediencontroller, Bilder, Setup, Klang, Klimatisierung. Klang können wir nochmal reinschauen. Lautstärke, Tiefen, keine Navigation bei Anruf. Touchscreen, Ton kann man aktivieren, wenn man das gerne möchte. Navigation, Fahrzeug, Verkehr. Mal gucken, was er hier hat. Für die Route haben wir jetzt gerade nichts, aber die ist auch sehr kurz. Aber hier können wir zum Beispiel alle nehmen im Umkreis Hamburg. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal B. A7 Hamburg, Flensburg. Da haben wir zum Beispiel fünf Kilometer stockener Verkehr. Gemeldet von NDR 1. Da kann man sich dann verschiedene Sachen anschauen lassen. Es macht natürlich Sinn, wenn man das auf seine persönliche Route einstellt. Telefon habe ich jetzt bereits verbunden. Wenn man noch nicht verbunden ist, dann kann man das entsprechend machen. Das funktioniert auch relativ einfach. Ich kann das ja noch einmal zeigen. Jetzt sind wir quasi bei Null. Mobil, Telefon suchen. Ergebnisse anzeigen. Hier haben wir das entsprechende Telefon. Ich bestätige das einmal. Dann wird das Passwort bestätigt. Auch auf dem Handy einmal. Jetzt wird die Verbindung hergestellt. Und damit ist es schon verbunden. Ich kann dann einfach auf Nummer wählen gehen oder auf Kontakte oder in die Anrufliste. Dann haben wir Voice. Das funktioniert hier aber nicht, weil das, also sprich die Sprachbedienung nicht aktiviert ist. Dann haben wir Media. Das ist im Prinzip Bluetooth Media. Jetzt könnte ich vom Handy hier irgendwas abspielen. Oder ich könnte eine andere Quelle per USB verbinden. Oder offensichtlich auch per Bluetooth Radio. Sehr schön gemacht. Hier die verschiedenen Symbole für die Sender. Es ist nicht alles konfiguriert. Wesentlich finde ich immer die Senderliste, die dann auch entsprechend sortiert ist. Das kann man jetzt nach Gruppen, Genry oder Alphabet machen. Für mich passt das so. Ich kann euch nochmal eine Sache zeigen. Wir gehen auf K und wir gehen auf Setup. Hier sind noch ganz viele System Sachen hinterlegt. Also hier ist zum Beispiel das ESC aktiviert. Das könnte man auch ausmachen, wenn man das will. Hier kann man zum Beispiel was zum Reifen einstellen oder eine Geschwindigkeitswarnung hinterlegen. Für Winterreifen ist ja auch ganz sinnvoll. Hier können wir Licht konfigurieren, Einschaltzeit, automatisches Fahrlicht bei Regen, Komfortblinken, Reisemodus ist Rechtsverkehr. Das kann man auch noch anpassen. Die Innenraumbeleuchtung. Coming Home, 30 Sekunden. Leaving Home. Leaving Home wird heißen, ich gehe zum Auto. Und Coming Home bedeutet, ich stelle das Auto ab. Da gibt es jetzt unterdessen auch zwei unterschiedliche Einstellungen. Das ist ja ganz schön. Jetzt die Fahrerassistenzsysteme, ACC. Im Fahrprogramm kann man Eco, Komfort, Normal oder Sport. Das heißt also, wenn ich im ACC aktiv bin, wird er dann entsprechend agil oder normal oder komfortabel beschleunigen. Der Abstand kann auf mittel, groß, sehr groß, sehr klein eingestellt werden. Man kann das da auch nochmal so festlegen, dass immer der letzte Stand festgehalten wird. Also sehr groß und groß ist im Stadtverkehr schon ziemlich schwierig, weil einem dann ständig Leute vor das Auto fahren. Sehr klein ist auch nicht unbedingt so entspannt, aber das Auto sollte ja eigentlich entsprechend dann alles überwachen. Die Umfeldbeobachtungssystem, oder das Umfeldbeobachtungssystem, Front Assist. Hier haben wir aktiv. Die Vorwarnung, Spät, Mittel, Früh. Die Abstandswarnung, Anzeigen. Der Lane Assist, also der Spurhalteassistent, der übernimmt quasi das Steuer. Wenn man länger nicht an Steuer geht, dann gibt er halt, also ich schätze mal 15 Sekunden ungefähr, dann kommt eine Meldung, dass man das Steuer wieder übernehmen soll. Der Side Assist, also der Spurwechselassistent, ist aktiv. Hier kann man noch die Helligkeit einstellen dafür. Und die Verkehrszeichenerkennung soll im Kombi-Instrument eingeblendet werden. Optische Warnung. Und hier kann man auch einstellen, wenn man die Geschwindigkeit überschreitet, ob man gewarnt werden soll. Wir hatten ja beim Seat Leon das Problem, dass immer wieder bei dieser Einstellung dann gewarnt wurde, wenn ich den Tempomaten auf 50 einstelle, dass er manchmal einen Tick drüber war. Anhängerrelevante Einstellungen, Schilder einblenden. Die Müdigkeitserkennung und der proaktive Insassenschutz ist aktiv. Das ist ja gar nicht schlecht. Parken, Rangieren. Da gibt es auch noch so einiges zu entdecken. Der ist automatisch aktiv. Lautstärken an unterschiedlichen Ecken. Und das Infotainment-System kann auch hier abgesenkt werden. Rangier-Brems-Funktion ist aktiv. Auspark-Assistent ebenfalls aktiv. Nächste wäre die Ambiente-Beleuchtung. Hier gibt es allerdings nur zwei. Das heißt, hier in den Türen und einmal hier unten im Fußraum einen Bereich, den man dann entsprechend konfigurieren kann. Der ist jetzt hier zum Beispiel auf Maximum gestellt. Und der hier drüben ist so ein bisschen weniger, den Seiten, die Lichtbänder. Dann haben wir Spiegelwischer. Spiegel synchron verstellen, absenken im Rückwärtsgang, einklappen bei verriegeln. Das ist hier auch elektronisch. Scheibenwischer automatisch wischen bei Regen. Heck wischen im Rückwärtsgang. Also, dass, wenn man da losfährt, dass das auch einmal frei gewischt wird. Öffnen und schließen. Alle Fenster, alle Türen. Also hier kann man, das ist die Komforteinstellung. Das heißt, man kann über die Fernbedienung dann zum Beispiel die Fenster alle schließen und das hier entsprechend einstellen. Also das könnte man zum Beispiel auch aufstellen. Türentriegelung. Alle Türen oder nur Fahrertür oder nur fahrzeugseitig. Die automatische Verriegelung ist aktiviert. Dann kommen wir zum Kombi-Instrument. Hier ist die Einstellung für das Active Info-Display. Also kann man auch hier drüber auswählen. Aber das hatten wir im Wesentlichen. Hier kann man Komfortverbraucher, Eco-Tipps, digitale Geschwindigkeitsanzeige, Öltemperatur, die Verkehrszeichenerkennung, die Fahrdaten, kurz, lang, ab Start. Und hier, ganz wichtig, den Wegstreckenzähler im Kombi-Instrument zurücksetzen. Das kann man nämlich am Kombi-Instrument zumindest bei dem Active Display selbst so nicht. Dafür muss man hier dann reingehen oder wahrscheinlich auch über das Menü da drin. Aber es gibt keinen separaten Schalter. Zeit, Datum, die Quelle ist GPS, Sommerzeit, Datumsformat. Das kann man hier nochmal einstellen. Dann gibt es Einheiten, falls man mal woanders hinfährt. In Meilen zum Beispiel kann man das auch umstellen. Kraftstoffverbrauch pro 100 Liter oder auch in US- oder UK-Währungen. Service. Der Service ist bei diesem Auto in 9700 Kilometern fällig. Der Ölwechsel ebenfalls oder 544 Tage. Und dann sind wir auch schon einmal durch im Infotainment-System. Zur Klimaeinheit. Diese Wagen hat insgesamt drei Klimazonen. Zwei vorne, eine hinten. Wir haben hier eine Sitzheizung auf der linken Seite. Das Ganze ist dreistufig. Wenn wir einen kurzen Zwischenstopp machen und dann wieder starten, ist die Sitzheizung auch an. Hier haben wir Umluft. Hier können wir verschiedene Stufen einstellen. Und hier links und rechts werden einem dann jeweils die Temperaturen angezeigt, die man hier über die Rädchen einstellen kann. Wenn das Ganze synchron ist, kann man das von der linken Seite steuern. Es gibt hier Max, wenn man die Frontscheibe mal frei blasen möchte von innen. Hier die heizbare Heckscheibe. Hier haben wir das Menü. Dann würde oben hier das Display eingeblendet werden, wo man dann digital im Prinzip einstellt, was man alles noch ändern kann. Max AC, wenn man das Auto schnell runterkühlen möchte. Ansonsten beim Langsamen geht man einfach auf Auto. Und über AC kann man dann noch die Klimaanlage an- oder ausschalten. Hier noch einmal die Klimaeinheit. So sieht das Ganze dann digital aus. Wir können hier hinten zum Beispiel einfach drauf gehen und dann Plus oder Minus. Das Gleiche gilt auch hier. Wir können den Automatikmodus ändern. Hier haben wir das Klimaprofil. Sanft, mittel oder intensiv. Da springt das dann auch gleich mal ein bisschen mehr an. Sanft finde ich persönlich immer ganz schön. Man kann es ausschalten. Hier ist diese Synchro-Funktion. Rear kann man zum Beispiel sperren, wenn man nicht möchte, dass hinten rumgespielt wird. Erker, Klima, Kontronik ist aktiv. Ja, das war die Klimaeinheit. Unterhalb der Klimaeinheit haben wir hier noch so ein Ablagefach. Da kann man quasi sein Handy reintun. Es gibt hier USB und hier noch so ein Lautsprecher-Anschluss. Ich glaube, das ist so ein AUX-Anschluss. Und einen Zigarettenanzünder, den man als Stromquelle nutzen kann mit einem entsprechenden Adapter. Der Wagen hat ein DSG-Getriebe mit sieben Gängen. Hier gibt es die Parkbremse. Hier gibt es Auto-Hold. Also wenn man zum Beispiel am Berg steht, dann bremst er ganz normal. Auf der rechten Seite kann man Start-Stop ausschalten. Hier haben wir die Möglichkeit, die 360-Grad-Kamera bzw. die entsprechenden Parktonik-Möglichkeiten zu nutzen. Hier sehen wir zum Beispiel das Auto, Hindernisse, ungefähr so das Grundstück, hier die Parklinie etc. Hier kann man zum Beispiel einstellen, wo man wie ausparkt und wo man sich befindet. Das sind ja vielleicht auch ganz schöne Sachen. Links soll er sich jetzt offensichtlich orientieren und dann könnte man auch rausparken. Das Handschuhfach lässt sich hier über den Schalter öffnen. Hier oben haben wir die Möglichkeit, eine SD-Karte einzulegen. Der erste Schub ist immer für die Navigationskarte. Hier kann man Ersatzkarten anlegen. Hier unten ist ein kleiner Drehschalter, mit dem man auch das Handschuhfach kühlen kann. Hier ist Platz für diverse Unterlagen, Bordmappe, Navi-CD. Ja, das passt eigentlich. Wir gucken mal, wie sich das schließen lässt. Wenn wir das so, nee, der scheint immer einzurasten. Ja, das ist auch alles völlig in Ordnung. Das passt. In der Mittelkonsole haben wir dann noch zwei Abstellflächen für Becher oder für kleine Flaschen. Hier so ein Kleingeldfach oder für entsprechende Kugelschreiber. Hier sehen wir schon mal die Armlehne, die man hin und her stellen kann. Das zieht ihr einfach zurück und dann kann man sie aufmachen. Hier haben wir noch so ein kleines Fach. Das hat allerdings keine weitere Funktion. Da kann man aber wunderbar Sachen reintun. Lüftungsdüsen etc. können wir hier noch sehen. Hier oben haben wir den abblendbaren Spiegel. In der Dacheinheit ist hier noch ein Fach für eine Sonnenblende. Und hier auf dem Armaturenbrett gibt es auch noch ein Ablagefach. Das ist aber noch, das ist auch ein bisschen tiefer. Das kann man jetzt hier gerade nicht so gut sehen. Aber da passen auch noch ein paar Sachen rein. Die Spiegel sind selbstverständlich beleuchtet mit einem Lämpchen darüber. Und hier sehen wir noch einmal die verschiedenen Einheiten. Da können wir jetzt zum Beispiel hier das Licht einschalten. Leselampen, Gesamt oder hinten geht auch. Da sind auch so kleine Lämpchen. Das passt also alles wunderbar. Das zum Innenraum vorne. Wie bei den meisten VW kann man hier an der Seite den Beifahrerairbag noch einmal ausschalten. Aus, an und die entsprechende Anzeige finden wir dann hier oben wieder. Da ist dann der Passengerairbag. Wir haben vorne übrigens auch für höhenverstellbare Sitze und Gurthöhenverstellung. Jetzt geht es nach hinten. Ja, das fühlt sich doch wunderbar an. Hier hat man mal einen schönen Einstieg. Auch hier unten passen die Füße wunderbar rüber. Beim Golf muss man sich da manchmal ja schon die Füße so ein bisschen abknicken. Oh, ich habe hier eine sehr geräumige Sitzposition. Und als besonderes Aufstattungsfeature in diesem Auto, wie bei dem Golf Plus auch, hier unten den Hebel. Und dann kann ich mit dem Sitz auch noch vorrücken. Das ist ganz schön. Hier haben wir ein kleines Tischchen, was wir in verschiedenen Positionen einrastern können, um hier dann irgendwas raufzulegen. Oder in der gekippten Position, dass man hier vielleicht was draufschreiben kann. Vielleicht für Kinder ganz interessant. Für Erwachsene wahrscheinlich nicht. Hier unten ist noch ein kleines Täschchen. Hier an der Seite haben wir einmal den Fensterheber. Und hier hinten passt auch wunderbar eine 0,7 Liter Flasche rein. Ist auch gepolstert. Hat auch ein bisschen Spiel. Aber verursacht, denke ich, nicht ganz so viele Geräusche wie vorne. Weiterhin haben wir ja eine Armlehne. Da kann man hier auch noch Sachen hineinstellen. Und eine elektronische Klimaregelung für hinten. Also in drei Klimazonen-Einheiten. Hier kann man also die Belüftung an und aus machen. Hier kann man die Werte verstellen. Hier unten ist nur ein USB-Anschluss zum Aufladen. Und noch eine 12-Volt-Buchse. Das passt auch. Der Tunnel ist normal, denke ich, für diese Größe. Ich denke, man kann hier auch zu dritt sitzen. Hier sind drei Gurtschnallen und auch noch ein weiterer Sicherheitsgurt. Wir haben hier auch noch eine Kopfstütze, die man hoch und runter machen kann. Ja, und der Raum, der Platz, so wie man hier sitzt, das ist also, würde ich sagen, sehr komfortabel. Damit kann man, glaube ich, den Sitz auch von hier umlegen. Und dann kann man hier auch die Lehne steil erstellen. Entsprechende Halterungen für Kindersitze sind hier auch vorhanden. Das passt also alles. Dann geht es zum Kofferraum. Den Kofferraum kann man auf drei Arten entriegeln. Einmal von vorne, einmal manuell, hier unten, und einmal über die Fernbedienung. Wenn man die Fernentriegelung vornimmt, dann taucht dieses Gepiepe auf, damit die Leute auch nicht erschreckt werden oder gewarnt, dass jetzt sich der Kofferraum öffnet. Der Kofferraum hat 650 Liter und einen doppelten Boden ist aber tatsächlich nicht das Volumen, was man sich jetzt so vorstellt. Also das heißt, wir können jetzt nur ein bisschen höher und wir können jetzt da was in den Unterboden packen. Aber im Endeffekt passen da jetzt sechs Zelda-Kästen rein. Und das ist es halt an praktischen Sachen. Wenn man nach oben stapelt, dann geht natürlich auch noch mehr. Nun schauen wir mal. Wir haben hier diverse Ösen, wo man irgendwas anbinden kann. Wir haben hier oben rechts und links jeweils so einen Halter, wo man eine Tasche irgendwie ranhängen kann oder so. Wir haben hier übrigens auf der rechten Seite die Beleuchtung. Allerdings nur eine. Das heißt also, wenn ich hier einen Koffer vorstelle, dann ist abends der Rest dunkel. Und da könnte man auch durchaus eine zweite entsprechend installieren. Weiterhin haben wir hier noch eine 12-Volt-Buchse. Und wir haben die Möglichkeit, von hier hinten zu entriegeln. Dann klappen vorne entsprechend die Sitze um. Das geht auf beiden Seiten, auch hier drüben. Hier wird dann auch einmal gezogen. Und dann sollte sie sich umlegen. Das machen wir auch gleich nochmal platt. Damit hat man dann also auch eine durchgehende Fläche, die hier zwar ein bisschen ansteigt, das ist aber nicht schlimm. Das finde ich passt sehr gut. Weiterhin haben wir bei diesem Auto auch noch eine Anhängerkupplung verbaut. Dafür drücken wir auf diesen Taster. Dann kommt er hier unten raus und rastet so ein. Und wenn man ihn wieder weg haben will, dann klickt man wieder auf den Schalter und muss ihn dann so ein bisschen da unten reinklacken. Zum Unterboden. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das oben so ein bisschen zu arretieren. Und dann haben wir hier einen relativ großen Bereich. Wenn man möchte, kann man hier dann halt Sachen reintun. Das wird noch ein Gepäcknetz sein. Das ist aber nicht so aufregend. Man kann den Boden aber auch nehmen und nach unten setzen. Dann hätte man zumindest theoretisch, dann hat man zwar da hinten die Kante, aber man könnte ja theoretisch dann zum Beispiel höher stapeln. Vielleicht sogar zwei Getränke rein oder so. Woher ich glaube, das passt nicht ganz. Aber nur damit ihr es mal gesehen habt. Wenn man die Rückbank wieder zurück machen will, braucht man sie nur hochklappen bis hier. Dann muss man hier unten an der Schlaufe noch einmal ziehen. Und dann kann man sie ganz zurückdrücken. Dann ist die Bank wieder arretiert. Dann hat man sie auch weg. An rundheriert. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Die Assistenzsysteme in der Praxis. Hier drüben sehen wir zum Beispiel gerade den Außenspiegel, dieses gelbe Leuchten. Das bedeutet, neben mir fährt gerade ein Fahrzeug und ich sollte jetzt nicht wechseln. Dann zeigt uns hier gerade der Lenkassistent, dass wir das Steuer übernehmen sollen. Das machen wir natürlich auch. Der ist immer aktiv, wenn wir hier unten diese grünen Autospuren haben und woran er sich gerade orientiert, können wir links im Mittelsymbol erkennen. Also wenn da links und rechts vom Auto weiße Streifen, Spurstreifen sind, dann orientiert er sich an beiden. ACC, das ist der automatische Distanz-Tempomat von VW. Das heißt, der hält automatisch Abstand zu dem Vordermann. Das ist im Wesentlichen diese Einheit. Hier unter haben wir die Lautstärke. Aber das hier ist alles für den Tempomat. Um ihn auszuschalten, kann man hier oben einmal drücken. Und wenn man ihn einschalten möchte, braucht man im Prinzip nur bei der gewünschten Geschwindigkeit auf Set drücken. Und jetzt ist er auch schon aktiv. Auf 88, nee, auf 90 Stundenkilometer ist er jetzt. Das können wir hier unten im Display sehen. fixieren. Wenn ich an der silbernen Taste wippe, kann ich z.B. auf 100 erhöhen oder auf 80 etc. Hier kann ich immer in 10er Schritten erhöhen oder in 10er Schritten reduzieren. Beschleunigen tut er nicht, weil er automatisch Abstand hält zu dem Vordermann. Ich könnte ihn jetzt auf 200 stellen, aber er würde nicht schneller fahren, weil er das Auto davor nicht rammen soll. So, über diese beiden Tasten, also über diese Taste oben und unten, können wir Einzelschritte festlegen. Also 101, 102 oder runter, 189, 88, 87, ja, also Einzelschritte nach oben und unten wäre im Prinzip Set oder einer Schritte nach unten. Damit haben wir hier noch eine weitere Funktion. Das ist dieser Button. Mit dem können wir den Abstand zum Vordermann festlegen. Also ich drücke hier drauf. Und dann kann ich mit Plus dann den Abstand zum Vordermann vergrößern oder mit Minus verringern. So, ich mache das mal auf ein Mittelmaß. Okay. Hier unter haben wir übrigens noch einen Taster. Das ist, um die Assistenzsysteme aufzurufen. Die sehen wir jetzt hier im Display. Also da finden wir den Lane-Assistenten, ACC, den Geschwindigkeitsbegrenzer, den Side-Assistenten, den Auspark-Assistenten, Front-Assist und so weiter. Wir haben hier ein Siebengang-DSG-Getriebe, also ein Direktschaltgetriebe. Da können wir jetzt zum Beispiel auch manuell über die Schaltpaddles hier am Lenkrad schalten. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel einen runter machen, dann zeigt er hier im Display M6 an. Ich könnte jetzt auch auf M5 gehen, dann steigt natürlich auch die Drehzahl. Oder ich verwende den rechten Paddle. Der schaltet hoch. Und wenn ich länger rechts drücke, dann springt er wieder auf D. Das heißt, er fährt im Automatikmodus. Grundsätzlich hat der Tiguan eine sehr gute Geräuschdämmung. Auch hier, wir fahren jetzt knapp 90 Stundenkilometer. Das ist wunderbar. Aber wir haben ja den 1,5 Liter Motor. Jetzt beschleunigen wir einfach mal. Man merkt schon, dass er mit seinen 150 PS zwar vorankommt, aber er ist bei weitem kein Sportwagen. Jetzt haben wir 150 Stundenkilometer und wir merken auch schon, dass Windgeräusche durchaus wahrnehmbar sind. Ja, aber 170 geht es noch. 180, jetzt wird es so ein bisschen lauter. Ja, jetzt merkt man das schon. Also das könnte jetzt nochmal ein bisschen besser sein. Und gemessen an der Fahrzeugklasse an sich, ist das aber natürlich eigentlich ein super Ergebnis. Den Tiguan gibt es als Benziner in drei Varianten. Als 1,5 TSI Motor, also mit 1,5 TSI Motor, das ist dieser hier. Der hat allerdings keinen Allradantrieb. Gut, dann gibt es aber noch den 190 PS mit 4Motion. Das heißt also Allradantrieb und eine Version mit 230 PS. Der hat ebenfalls Allradantrieb. Des Weiteren gibt es in der Dieselvariante sowohl einen mit 150 PS. Den kann man mit und ohne Allradantrieb bekommen. Und einen mit 190 und 240 PS. Und Versionen mit 190 und 240 PS, die haben dann auch beide 4Motion, also Allradantrieb. Bei den kleinen Versionen hat man halt immer die Wahl. Und bei diesem hier gibt es halt gar keinen Allradantrieb. Zum Verbrauch. Der Verbrauch lag bei uns um die 7 Liter. Dabei muss ich sagen, ich fahre immer relativ human. Auf der Landstraße kann man auch an die 6 Liter, also 6,2 hatten wir glaube ich einmal erreicht. Aber wenn ihr jetzt mal ein bisschen Gas gebt, wenn ihr auf der Autobahn fahrt, dann könnt ihr schon davon ausgehen, dass wir auf 7 Liter kommt oder auch mehr. Der ist da ja auch nicht so ganz flach, dadurch, dass es halt ein Geländewagen ist. Das ist so ganz klar. Der Kofferraum. Der Kofferraum, habt ihr ja gesehen, 6 Zelda Kästen. Das kriegt ihr aber auch, denke ich, also im Passat kriegt ihr noch mehr als 6 rein. Der ist einfach länger und bietet dadurch für solche Sachen besseren Platz. Hier muss man halt hoch stapeln. Aber ihr könnt auch einen Golf Sports Van nehmen oder vielleicht auch einen normalen Golf. Ich glaube der Golf hat 380, der neue Golf 381 Liter Kofferraum. Das ist natürlich die Frage. Da kriegt ihr auch mindestens 5 Zelda Kästen rein, vielleicht in den neuen auch 6. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Aber man muss sagen, diese 615 Liter, die da jetzt angeboten werden, die sind oben und unten. Das bringt einem nicht unbedingt etwas. Bei den Preisen. Der Tiguan beginnt aktuell ab 37.600 Euro, also rund. Diese Variante kostet rund 44.000 Euro. Ich glaube, alleine das Airline-Paket kostet rund 2.000 Euro. Wem es das wert ist, nehmt es dazu. Wem es das nicht wert ist, nehmt ein anderes extra oder nehmt es halt nicht. Fazit. Zum VW Tiguan 1,5 TSI OPF ACT. ACT steht übrigens, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, für die elektronische Zylinderabschaltung. Das heißt, der Wagen geht dann von 4 Zylindern auf 2 Zylinder. So, ich weiß. Und dann verbraucht er entschiedend weniger. Bei dieser Höhe, das hatten wir beim Golf Sportsman auch schon mal, wenn das Auto hoch ist, dann funktioniert diese Sache mit der Zylinderabschaltung. Also, nicht so schön wie beim Passat, der angenehm flach ist, sondern ist schon so ein bisschen aufwendiger. Das heißt, wenn ihr auf der Autobahn mit 100 hinter dem LKW fahrt, dann arbeitet auch ACT oder mit 90 auf der Landstraße, schön konstant da hinrollen, dann funktioniert das. Und dann verbraucht ihr auch wenig. Im Alltag halt, wie gesagt, 7 Liter, das ist ganz normal. Und wenn ihr auch mal schneller unterwegs seid oder mal ein bisschen Spaß haben wollt, dann ist es halt anders, dann verbraucht ihr mehr. Für wen ist dieses Auto geeignet? Für alle, die Feldwege fahren wollen, die kein starkes Gelände haben. Also, wenn ihr jetzt damit so richtig durch Matsch und Schnee wollt, dann braucht ihr Allradantrieb. Diese Variante ist eher für leichte Feldwege gedacht. Damit würde ich mich nicht ins Gelände trauen. Wir waren damit im Harz. Wir haben das Auto ausführlich getestet. Die erste Piste mit so ein bisschen Glatteis. Da gibt man Gas und was passiert? Die Räder drehen durch. Also, wir waren froh, dass wir wieder weggekommen sind. Also, so eine Zweiradvariante mit Eis, Schnee, Gelände ist nicht wirklich gut geeignet. Das muss man ehrlich sagen. Wer aber halt eine hohe Sitzposition mag, dieses Fahrzeugkonzept, also SUV, leiden mag, für den ist das ein gutes Auto. Es ist eigentlich total unauffällig. Es repräsentiert Understatement. Und mit unauffällig meine ich, es funktioniert. Wir hatten ja den Seat Leon vor einiger Zeit. Da waren ja ganz viele Sachen, die nicht so wirklich gut waren. Hier funktionieren die Sachen. Hier kann man hier die Tür aufmachen, ohne dass man hier lange drücken muss. Das Navigationssystem liefert ganz viele Informationen zum Handy, ob Bluetooth verbunden ist. Also im Vergleich zum Seat Leon ist hier einfach vieles besser. Ich finde, die Assistenzsysteme funktionieren besser. Wobei das ACT, wir haben das mehrmals getestet. In einer Situation hat er wunderbar das stehende Auto vor uns erkannt und auch angehalten. In einer anderen Situation hat er es gar nicht erkannt, wie der Seat Leon. Und in einer dritten Situation hat er es erkannt. Dann hat er Gas gegeben, weil er es nicht mehr erkannt hat. Und dann hat er uns gewarnt, dass wir ihm quasi einen Auffahrunfall produzieren könnten. Also das ist schon so ein bisschen widersprüchlich. Vielleicht liegt es daran, weil wir jetzt ein bisschen gefahren sind und der Wagen schmutzig ist und die Systeme nicht einwandfrei arbeiten können. Gestern auf der Landstraße zum Beispiel, da hatte ich den Eindruck, dass der Wagen in der Ortschaft dann plötzlich so nach links gezogen hat, der Lenkassistent. Aber grundsätzlich arbeiten alle diese Systeme hier viel besser als bei Seat. Er ist funktional und mit unauffällig meine ich, man kann damit dahin gleiten und hat einfach seine Ruhe. Und dieses Auto ist etwas für euch, wenn ihr ein zuverlässiges, gut funktionierendes Fahrzeug braucht, was ein bisschen höher ist, weil ihr jetzt vielleicht einen Feldweg vor der Tür habt oder weil ihr häufiger vielleicht Schnee habt. Wobei dann würde ich auch immer Allradantrieb favorisieren und vielleicht noch eine etwas stärkere Motorisierung. Wobei der 1,5 Liter TSI Motor ist ein guter Motor, genauso wie der 1,4 Liter Motor. Er hat halt den Vorteil des OPF, also des Otto Partikelfilters. Das ist dann ja nochmal so ein bisschen besser für die Umwelt und für unsere persönliche Gesundheit auch. Das ist ja einfach ein Aspekt. Ja, 44.000 Euro, das muss natürlich jetzt jeder für sich entscheiden, ob einem das das wert ist. Aber wenn ihr einen SUV sucht, der so funktional ist, der läuft, schaut ihn euch an. Wir würden davon jetzt nicht abraten. Ich fand ihn so ein bisschen emotionslos, aber das deutet ja auch darauf hin, dass er läuft. Ja, jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Für euch ist es nur ein ganz kleiner Klick. Für uns ist es ein großer Vorsprung. Wenn wir dich jetzt als Abonnenten gewinnen können, dann freue ich mich sehr. Wir kommen mit jedem Abonnenten mit unserem Kanal ein Stück vorwärts. Mehr Leute schauen das Video. Wir werden in Suchergebnissen besser gefunden. Wenn ihr Informationen gewonnen habt in diesem Video, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt oder andere Anmerkungen, gerne in die Kommentare. Und ich freue mich ganz persönlich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also, bis dann. Der Tiguan. Ciao.